Ja, nur was sag's hier. Was ist so witzig, du Opfer? Tja, das Witzige ist, dass du wie Smegma bist. Und zwar das absolute Ober-Smegma. Was soll das überhaupt heißen? Oh, weißt du... Oh, vielen Dank. Ja, gerne. Das ist doch gut. Smegma, ein Substantiv. Eine übel riechende, gelblich-weiße, undurchsichtige Substanz, die von den Teiftrüsen produziert wird, welche an den männlichen und weiblichen Genitalien sitzen.